Musik Wir verlassen Antananarivo, die Hauptstadt von Madagaskar, Richtung Andasibe. Schon bald erreichen wir die ersten Dörfer und terrassierte Reisfelder. Die Arbeit ist hart, denn die Frauen stehen in gebückter Haltung stundenlang im Wasser. Und auch hier wird Schwerstarbeit geleistet. Auf ihren Köpfen tragen die Mädchen getrocknete Backsteine, die später aufgeschichtet und gebrannt werden. Ein einzelner Backstein wiegt ein Kilogramm. Man stelle sich vor, ein Mädchen trägt zehn solcher Steine auf seinem Kopf. Nach etwa 130 Autokilometern erreichen wir unser Ziel, Andasibe. Hier besuchen wir den Nationalpark und entdecken schon nach kurzer Zeit die ersten freilebenden Lemuren. Es handelt sich um Indris, die hier faul herumhängen oder halsbrecherisch miteinander beugen oder die Besucher von oben herab neugierig beäugen. Und hier übt ein kleiner Sifaka das Springen. Immer wieder hüpft er von der Mutter zu einem Ast und vom Ast wieder zurück zur Mutter. Im Nationalpark entdecken wir noch andere Tiere. So den Goldstaubtaggecko, ein ganzes Nest voller Jungvögel und ein Parsonschameleon. Den Höhepunkt der Reise erleben wir auf der Lemureninsel, wo wir von schwarz-weissen Babis begrüsst werden. Die Varis, die etwa vier Kilogramm schwer werden, sind genauso gesellige Typen wie die etwas leichteren braunen Markis. Wenn Sie nicht gerade faul herumhocken, lassen Sie sich auch ganz gerne von den Besuchern herumtragen. Etwas weniger zutraulich sind die Bambus-Lemuren, aber sie sind einfach zuckersüß. Das ist der Tag, an dem ich mich in Lemuren verliebt habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.